Hallo. Herzlich Willkommen zurück zu Ark Extinction, Allah. Was bisher geschah. Hand of Blood und Kalle Hand of Blood und Kalle haben eine Ehrenarmee aufgestellt. Er hat Krokettenkalle gesagt. Oh mein Gott, Kekweh in den Chat. So, mit dieser Ehrenarmee wollten sie losziehen und hier krasse Elemental Notes auf jeden Fall mal richtig zerfleddern, Allah. Was bringt uns das eigentlich? Das wissen wir dann. Geil. Monatelang haben wir uns vorbereitet. So, ungefähr 10. Ja. So, erwürg. So, und jetzt sind wir hier. Ja, in Meppen. Süd. Wir haben unsere Bubble verlassen. Wir haben wirklich unsere Bubble verlassen. Ja. Und jetzt gibt's Ackermatch. Jetzt gibt's Ackermatch. Jetzt gehen wir rein in die Note. Einmal durchzählen. Willst du mir noch mal vorher einen Happen geben? Oder kann ich den hier essen? Den Kürbis? So, rein. Geht. Geht wieder los. Prost. Wir wissen jetzt gar nicht, was passiert. Wollte ich auch grad sagen. Wir wissen gar nicht, was das bringt. Ich würd sagen, du bleibst hier. Ich bin Tank. Ich geh jetzt rein, ja? Ja, ja. Geh mal rein. Techno. Erstmal kacken. Hast du gecheckert? Ich kann das hier angreifen. Okay. Mach ich mal mit. Nee, nee, oder? Feinde nähern sich. Von hinten. Da kommt was, da kommt was. Einer. Nee, nee. Nee, das ist doch nicht für uns, oder? Muss man das abbauen? Ich weiß es nicht. Drei verbleibende Feinde. Welle 0 von 5. Okay. Wir müssen drei Feinde noch killen, die hier rumhängen. Hier, lass mal die Fläche hier einfach klieren. Ja. Der Rocksteig, der Rocksteig, der Rocksteig. Ja, der hat Bock, der hat Bock. Boah, welche Schnecke. Bumst. Ja, aber hol die Leute mal bitte raus, dass wir, wenn hier gleich eine neue Welle kommt, hol die Leute mal auf offene Fläche, weil da drin werden die thermopylenartig weggebummst. Wie artig? Thermopylen. Was ist das? Thermopylen. Sparta an den Thermopylen, die Schlacht an den Thermopylen. Ich merke mir sowas nicht. Na gut. Geil! Next Level Shit, Allah! Und nochmal... Belohnen. Hört nicht auf! Ich bin aufgestiegen, Allah! Oh, hier kommen welche? Beine nähern sich. Box hier um. Gegen. Ah, jetzt kommen deine Jungs. Wie viele sinds denn da? Geht zurück in deine Mutter. 23 noch. Ja, die kommen hier so nach und nach. Frage ist... Also, wir müssen ja scheinbar dieses Ding verteidigen. Oh, Alter, hat er den weggepumst! Ja, müssen wir. Piep, 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 piep. Oh, Leute, ist der ficken hier richtig was? Echt? Oh, das soll nicht sein, glaube ich. Magst du mal so aufpassen? Ja, ja, ja. So. Oh, hier ist aber Angriff. Hier ist Zugriffe. Hier sind ein paar Situationen. Hier sind einige Situationen. Hier sind einige Situationen. Oh, hier kommt eine große Situation. Runtergeplumpst. Hier. Hier kommen die gerade alle. So. Oh, ich darf den nicht stemmen. Das Problem ist, dass ich jetzt langsam verdurste. Oh, ich auch. Ja, scheiße. Also, aus der Richtung, wo wir herkamen, war ja ein Fluss. Du kämpfst da jetzt weiter, oder? Ja, muss ja. Naja, wir brauchen was zu trinken. Wir sterben jetzt gleich. Das klingt hier aber richtig aus dem Grund. Ja. Gut, ansonsten würde ich sagen, einer von uns geht schnell trinken holen, oder? Ja, ja. Taktischer Rückzug. Mach ich jetzt einfach mal. Schnell. Ne? Ja. Ja, 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 ja. Eie, die nächste Runde fängt an. Das ist jetzt ganz blöd. Fein, die nähern sich. Weiter geht's. Schnetzel jetzt weg. Oh, macht. Oh, fette Giraffe, Alter. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Alter, aber die Schnetzel da so los, ne? Das ist trotzdem mega geil. Alter. Alter. Das fällt ja gar nicht mehr auf. Okay, ich hab's. Boah. Ich hab Wasser. LOL. Bruder. Wir sind große Leute, Alter. Ja, ja, dann gegen, gegen. So, weiter geht's. Gönnt. Ich bin bald da, Kalle. Oh, du bist bald ohnmächtig. Ja, ja. Es geht zu Ende mit mir. Ah, ich eile. Ich bin ohnmächtig. Scheiße. Bis alle haben wir vorbeilaufen. Scheiße. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht. Die laufen weg. Gut. Bin wieder da. Alter, was war das? Zehn Kilometer in die Luft, Alter. Ja, keine Ahnung. Oh, nochmal. Wo sind die jetzt alle hin? Hallo? Alter. Die sind jetzt runtergeporzelt. Nein! Warum? Hallo? Ja, dann sag doch, dass die dir folgen sollen. Ja, scheiße. Oh, der hat jetzt auch richtig Lust auf mich. Oh, shit, Max. Oh, scheiße, der verfolgt mich. Eieieiei, das ist jetzt gar nicht gut. Ja, ich geb mein Bestes, aber er hat keine Ausdauer, Kalli. Sorry. Hier sieht er mich nicht, oder? Hier sieht er mich nicht. Kalli, ich bin ja da. Nicht. Hm. Ich hab gekackt. Hab ich echt nicht gesehen. Feuer, Stein und Stein. Warum sind die hier runtergejumpt? Ere 1 war richtig angefickt. Ja, also, heute ist das Problem die Kontrolle. Ere 1. Wo wollen sie hin? Ist der auf aggressiv? Der ist auf... Ich weiß nicht, was er hat. Ich mach jetzt mal alle auf neutral. Lass mal einen saufen, Alter. So, jetzt guck ich mir ihn hier mal an. Willst du mir kurz was zu trinken geben? Jo, leh ich hier rein. So, ich mach jetzt ein Feuer. Jetzt haben wir Wasser. Kontrolle. Kontrolle. Ja, lief nicht so, oder? Eigentlich lief ganz gut, aber wir waren nicht gut vorbereitet. Ja, ja. Oder? Hm. Also, was haben wir gelernt, was wussten wir vorher nicht? Das Terrain. Das hat der Feind zu seinem Vorteil genutzt. Trocken. Heiß. Wir werden durstig beim Kampf. Ja. Wir hatten nicht mal unsere verschissenen Gläser aufgefüllt. Das ist eigentlich so... Logo. Also, der kack... Der beschissenste Rekrut macht das besser. Wir aber... Machen uns... Richtig geile Feldflaschen. Und nehmen jeder so drei Stück mit, so, zum Trichtern. Und... Wir haben ja nicht gemacht. Richtig Hacksteak. Haben wir nicht gemacht. Ja, du hast gesagt, los jetzt, direkt los, los. Ja. Wir haben letztes Mal vorbereitet. Ja, du dachtest nicht eigentlich. Ja, scheiße, Arschlecken. So. Und best case wäre auch, entweder wir züchten uns 30 Adler, fliegen da einfach mal rüber. Und machen Hack-Mack. Ja, krass. Ich bin hier hier, Alter. Ich boxe. Fick dich. Weg mit dir. Oder, wir nehmen einfach 100 von den Viechern und machen den Platz dicht. Ja, aber ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, wie du es jetzt hier schilderst. Nee. Nee, wirklich nicht. Komm. Wir braten jetzt 30 Hacksteak. Wir gehen... Komm, du gibst mir nochmal dein... Dann gibst mir nochmal beide deine Gläser. Dann geh ich nochmal schnell da hin. Und jetzt... Hallo, Herr Bär. Hallo. Nehme ich mal so einen 155er. Oh. Attacke. Oh, Alter. Wurde gedübelt. Oh, Alter. Also, Herr Düpfelmoser, der hat auch richtig... Der lässt nichts anbringen. So. Oh, ein Staubsauger. Er macht einfach von den Abgang. Ich hab Herz. Ich hab Herz. Ich sterbe. Ja, Essen. Essen. Wieso hab ich denn so einen Hunger, Alter? Mein Gott. Ich hab Herz. So. Komm, ich mach den T-Rex weg, Allah. Geht's auch mal? Oh, klappt gut. Tag Team. Tag Team. Ehre. Ehre. Wo hast denn das ganze Fleischchen geballert, Allah? Mein Korpus. Oh, hier. Attacke. Oh. Oh, keine Sekunde, ey. Oh, jetzt... Alter. Wollen wir mal ganz nah dran. Das sieht aus wie Deadpool im Fett. Das ist Deadpool. Guck dir den an. Das ist Deadpool. Alter. Das war ein Fehler, abzuheben. Das ist eine richtige Wurst, ey. Oh, hier vorne. Alter, hier ist wieder richtig geschnetzelt. Ehrenarmee. Attacke. Alter, wie die alle losmarschieren. Und dann wird geballert, Allah. Vorne ist der Nächste. Oh, hier ist... Oh, ich bin vergiftet. Oh, ich werd gebumst. Hier ist richtig was los, Max. Ja. Ja. So, Kalli. Ich hab alles aufgefüllt. Wir haben hier zwei Gläser voll mit Wasser. Im prall gefüllten Schlauch. Das ist richtig abgeschissen, oder? So. Boah. Jo, Allah. Und? Stinkt er? Nein. 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 Don't stink. Ja. So. Und dann gehen wir jetzt wieder rein. Alter, der ist golden. Ja, ich hab's gehört, Allah. Aber wo hat der einen goldenen Ass? Das sind zwei in einen, Allah. Hä? Oh, Leute. Und den wegschleppen. Boah, Alter. Das sind ja... So kommst du mir entgegen? Ja. So, wo kommen sie? Wollen die wieder auf der gleichen Seite? Ich frag es, was kommt jetzt? Bam, 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 bam. Alter, kommen Schlangen. Ja, nimm die Leute halt alle mit. Oh, hier ist ne Giraffe, Alter. Ja, wir müssen die so ein bisschen staffeln drumherum. Next target, Leute. Slappt ihn. Ja, jetzt ist sie aber Moshpit. Ja. Boah, Alter. Jetzt sie aber... Ja, ja, so war das gut. Ein bisschen Hackmack, Alter. Ja, das war nicht schlecht. So, mach den weg, den Jungen. Ja, wir haben's. Das war's. Geht wieder los. Nächste Runde. Oh, Welle 4 von 5. Oh, ihr klatscht eine Ehre an mir vorbei. Ja, willst du dir ein paar absnacken? Ja, weiß nicht. Mach ruhig mal. Ja, okay. Ich glaub, das ist besser. Wenn du auf der Seite bleibst. Nicht auf der. So, ich hab jetzt mal so Fünfe, glaub ich. Ja, ja, mach ruhig. Wir müssen eigentlich nur so als Kommandanten... Ja. Ha! Genauso! Alter! Hat ein bisschen gepflügt hier. FPS, FPS! So, wir schießen da rein, Jungs. Also, meine Seite ist flochig. Ja. Weiter geht's, Jungs. Weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Sehr gut. Sperrfeuer. Wir müssen hier die Giraffen wegsnacken, Alter. Boah, die haben ein hohes Level hier, die Viecher. Das ist so ein Gelficker. Boah, die sind richtig High-Level. Drei Gegner noch? Ja, aber lass einen am Leben, damit wir erstmal regenerieren können für die letzte Base. Base stirbt. Base stirbt. Ja, dieses Ding hier, das stirbt. Wir müssen jetzt mal aufpassen. Die Base stirbt. Hier ist noch einer. Ja, ja. Mach ruhig da. Oh, jetzt hab ich das Base draufgehauen. Ist er jetzt hier der Letzte? Wahrscheinlich, aber der macht nichts. Ist sehr gut. Letzte Wave. Kalle, kann alles passieren. Drache. Drachen. Also, richtige Drachen vielleicht auch. Aber die holen wir vom Himmel. Angesichts dessen, was jetzt gerade kam, glaube ich das nicht. Aber wir wissen es nicht. Wir hatten ja noch das... Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du... Das wurde getriggert. Wer war das? Ich war das nicht. Scheiße Arsch. Oh, jetzt kommt der Alpha megakrasse... Hat der Bock, ja? Der hat jetzt Bock. Jetzt hat er Bock. So. Bei mir ist Sector Clear affirmative, Allah. Ja, ja. Hier bisher auch. Komm nicht ran. Ah, die sind an der Base. Ah. Haben wir. Die haben nur noch 500 live, ey. Ja, ja, ja. Bisschen wir durch, ne? Sechs Gegner noch. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, aber da greift jemand hier die Fliegeviecher. Das ist das Problem. So. Drei Gegner noch. Alter, es hat nur noch 50 Leben. Alter, es ist close. Echt? Jo. Da kommt er, da kommt er. Die Giraffe, die Giraffe. Alle gegen, alle gegen. Pressing, pressing. Halt die auf. Einfach blocken. Dimpfelmoser rein da in die Olga. Komm, alles geben nochmal. Alles geben nochmal. Alles gegen, gegen. Pressing, pressing. So. Dahinter ist der Nächste. Die Mutti. So. Einer noch, wa? Ein Gegner noch. Wo ist der Letzte? Es muss so ein Kleiner sein. Nein. Der war's. Elementar, der wird geschützt. Allah. Allah, Ehre. So. Was bringt das? Keine Ahnung. Verteidigung abgeschlossen. Elementarklummen. Können wir die jetzt ernten oder abbauen? Good. Jo. Jo. So. So. Boah. War das krass. Wir wussten nicht genau, was passiert, aber auf den Schock erstmal nochmal den hier wegschneiden. Puh. Echter. Ja. Äh, das war die Elementarader, würde ich sagen. Elementader. Puh. Da hat er nochmal geschissen. Das ist die Scheiße, die man braucht für die Tech-Sachen und so. Für die richtig krasse Scheiße. Ich habe jetzt hier auch einiges abgebaut. Die Splitter und den Staub und sowas. Ich glaube, dass das wirklich ist für diese Tech. Und Elemente haben wir auch bekommen. Für den Tech-Kram und so. Ja, ja. Techno. Da müssen wir nur hinkommen. Ja. Da an dieser Stelle, vielleicht an euch da draußen, könnt ihr, wenn ihr das schon mal durchgelebt habt, gerne mal sagen, was jetzt dann der nächste Schritt wäre. Ja. Was wir jetzt machen sollten und warum. Genau. Weil ihr wolltet ja, dass wir mal bumsen gehen. Jetzt haben wir mal gebumst. Jetzt haben wir gebumst. Aber was kommt jetzt? Ein instabiles Element können wir lernen. Ja. Das ist tatsächlich ein Extinction-Ding. Oh, ich kann ein MDSM bauen. Ja, ist geil. Insane. Wir müssen das aber jetzt sehr behutsam angehen. Aber ich glaube, so ein Mech-Bausatz. Guck mal. Jetzt brauchen wir die Rezepte. Wir haben doch schon bei einzelnen Mechs so die Baupläne gedroppt bekommen. Ja, 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 ja. Wir brauchen von so einem Tech-Raptor den, äh, Tech-Tea-Wax. Ey, 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 ey. Wir haben jetzt gewalt. So. Äh, von den... Da brauchen wir die Bausätze. Ich will auch ein Tech-Rext haben, Alter. Also, ihr seht schon. Es ist auf jeden Fall noch einiges auf dem Settel. Es ist der Stream. Wir werden auf jeden Fall nochmal streamen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aua. Tschüss.